Prima. Ja, die Untersuchung ist schon mehrfach angesprochen worden. Es gibt zwei Trassen, eine Untertrasse und unsere Aufgabenstellung war, diese Trassen näher zu beleuchten und zu prüfen, ist denn die Machbarkeit einer Radschnellverbindung auf den dargestellten Trassen möglich? Wie könnte eine Radschnellverbindung dort aussehen? Welche Eingriffe sind erforderlich und welche Auswirkungen hat so eine Radschnellverbindung? Nochmal die Trasse im Zusammenhang. RS5 von Schorndorf über Weiblingen-Fellbach nach Stuttgart. Und Sie sehen auch in der Fortsetzung soll das natürlich dann in Stuttgart an weitere Radschnellverbindungen und Achsen angebunden werden. Und Sie sehen auch in dieser Darstellung, dass es noch mehrere Varianten im Verlauf, im Streckenverlauf gibt. Also nicht nur in Fellbach, sondern auch Kernen, Weinstadt und anderen Abschnitten gibt es noch genau diese Fragestellung, welche Trasse ist die sinnvollste? Und dafür sind genau diese Untersuchungen eben erforderlich, um das detailliert zu betrachten und eine Entscheidungsfindung möglich zu machen. Nach Auswahl der möglichen Trassen sind eben diese zweieinhalb Trassen übrig geblieben. Trasse 1 in blau, Trasse 2 in grün und die Trasse 1b stellt eine Untervariante dar, nämlich die Zweirichtungsführung. Also auf der Südseite der Stuttgarter Straße soll der Radverkehr in beiden Richtungen geführt werden. Diese Trasse ist deshalb ins Spiel gekommen, damit die Querung der Höhenstraße als kritische Einmündung und als mögliche Einschränkung der Leistungsfähigkeit vermieden werden kann. Und auf der Südseite, wo weniger Einmündungen sind, dann der Radverkehr in beiden Richtungen geführt werden kann. Im Prinzip drei Varianten, die wir untersucht haben und wo wir zunächst Abschnitte dargestellt haben, die ähnliche oder gleiche Straßenraumaufteilungen haben und für diese Straßenraumaufteilungen geprüft haben, welche Lösungen eines Straßenquerschnitts sind grundsätzlich möglich. Ist es möglich, eine Radschnellverbindung dort unterzubringen und wie könnte diese aussehen als erster Wurf? Noch keine abgestimmte Planung, sondern eine Machbarkeitsprüfung. In der Trasse 1 sind es 18 verschiedene Abschnitte, in der Trasse 2 sind es 11 verschiedene Abschnitte und der Abschnitt 10 ist jetzt hier mal hervorgehoben, wo nur kurz dargestellt werden soll, welche Aspekte im Einzelnen untersucht und betrachtet wurden. Der Straßenraum wurde im Detail analysiert, also der Straßenquerschnitt in der Breite, mögliche Stellplätze im Bestand, Zufahrten, die kritisch sein können, Querungen für den Radverkehr, Engstellen, die vorhanden sind zum Beispiel auch durch Immobilierungen, durch Auslagen, durch Bewirtschaftung im Straßenraum, im Zeitenraum. Unfälle wurden analysiert, das alles für alle Bereiche und das floss dann in die Betrachtung mit ein. Ganz generell nochmal zu den möglichen Führungsformen einer Radschnellverbindung. Diese sind möglich im Zuge von Hauptstraßen, von Nebenstraßen oder eben selbstständig geführt, wie hier dargestellt. Im Zuge von Hauptstraßen sind es begleitende Radwege oder Radfahrstreifen, die eine Breite von 3 Meter haben sollen. Im Zuge von Nebenstraßen typischerweise Fahrradstraßen, in Ausnahmen auch 20er oder 30er Zonen und die Breiten für den Radverkehr müssen 4 Meter betragen. Genauso wie an selbstständig geführten Außerorts- oder Innerortsverbindungen für den Radverkehr. Wichtig ist dort und auch in den Innerortshauptstraßen, dass Fußgängerverkehr und Radverkehr getrennt werden, damit eben auch ein zügiges Vorankommen des Radverkehrs und keine Konflikte mit dem Fußgängerverkehr auftreten. Zügiges Vorankommen heißt, ich muss auch überholen können. Es gibt ja völlig unterschiedliche Nutzergruppen, gemütliche Radfahrer, Familien, Pendler. All die möchten mit dem Rad vorankommen auf einer attraktiven und sicheren Route. Und damit störungsfrei auch überholt werden kann, brauche ich Breiten, die ein Überholen bei Gegenverkehr zulassen, also 2 plus 1. Und daraus resultiert eben im Zweirichtungsverkehr diese 4 Meter Breite und im Einrichtungsverkehr die 3 Meter Breite für die entsprechende Infrastruktur. Bei der Trasse 1 sind dies die Elemente, die wir als möglich erachten zur Realisierung einer Radschnellverbindung. Und die sehen tatsächlich ganz anders aus als bei der Trasse 1. Wir haben es hier mal in der Übersicht dargestellt. Es sind wenige Abschnitte blau als Fahrradstraße dargestellt. Wir haben einen Zweirichtungsradweg quasi am Ortsrand außerorts. Wir haben im Wesentlichen dann im Zuge der Hauptstraßen gelb Einrichtungsradwege bzw. Radfahrstreifen. Und das ist kombiniert mit dem Busverkehr im westlichen Bereich, wo möglicherweise dann auch eine Busschnellverbindung noch geplant ist. All diese Querschnitte wurden untersucht und dargestellt. Die kann ich natürlich in der Kürze der Zeit nicht einzeln aufrufen. Aber es ist vorgesehen, diese komplette Untersuchung dann auch online zu stellen, sodass Sie das im Detail nachvollziehen können. Ich möchte mich auf einige Abschnitte konzentrieren und dabei auch das Prinzip der Untersuchung darstellen. Oben ist jeweils der Bestand dargestellt. So sieht der Querschnitt heute im Bestand aus. Und unten eine mögliche Form zur Straßenraumumverteilung, die noch nicht endgültig ist, noch nicht abgestimmt ist, aber die einfach aufzeigt, was ist es möglich und ist es denn machbar und welche Eingriffe, welche Konsequenzen folgern daraus. Dieser Abschnitt ist relativ einfach. Wir haben heute eine sehr straßebreite und einen breiten Grünstreifen und bereits innerhalb dieses Grünstreifens ließe sich ergänzend eine vier Meter breite Führung des Radverkehrs als Zwei-Richtungsführung einrichten. Das wäre ein Vorteil auch für den Fußgängerverkehr, weil dann eine Trennung stattfindet. Heute ist es ein gemeinsamer Geh- und Radweg und es bedarf keines Eingriffes in die Fahrbahn. Das ist aber ergänzend möglich, wenn man sagt, man möchte hier auch nachhaltig den Straßenquerschnitt ändern. Die Fahrspuren sind überbreit. Das heißt, die könnten auch dort angepasst werden und der Straßenraum insgesamt weitergestaltet werden. Das war jetzt nicht Aufgabe, das im Detail durchzuplanen. Es ist wichtig aufzuzeigen, wie könnte es aussehen und welche Eingriffe hat es. Und hier sieht man, bleibt auch noch Platz für Grün übrig. Es bleibt Platz übrig, zum Beispiel den Straßenraum weiter einzuengen, sodass auch Platz für weitere Bäume und für Begrünung möglich wäre. Das zieht sich ein wenig durch den ganzen Bereich. Bei der Trassen, dass durchaus eine Gestaltung und eine Aufwertung möglich ist, wenn der Straßenquerschnitt neu aufgeteilt wird und verändert wird. Schwierig wird es im zentralen Bereich und da haben wir heute eben eine sehr dichte Nutzung des zentralen Bereiches. Eigentlich viel zu schmale Radwege, viel zu schmale Gehwege und es wird auf beiden Seiten geparkt. Es ist möglich und das haben wir zunächst mal auch fast durchgängig so ansetzen können, dass die Spuren erhalten bleiben, sodass keine Einschränkungen in der Leistungsfähigkeit zu erwarten sind. Die Spurenbreite kann angepasst werden, was hier nicht möglich ist, um eben einen drei Meter breiten Radweg zu erreichen, ist die Parkplätze zu erhalten. Also in dem Bereich müsste dann auf Parker bzw. auf die in der Parkreihe positionierten Bäume verzichtet werden. Sie könnten zwischen Radweg und Gehweg eingerichtet werden und es sind sicherlich auch hier noch weitere Anpassungen möglich, wie überall bei diesen Querschnitten gilt, sodass da also durchaus noch Spielraum besteht. Hier ist die Machbarkeit geprüft. Im Bereich am Stuttgarter Platz haben wir sehr beengte Verhältnisse, aber auch da schaffen wir es, dass alle vier Fahrspuren erhalten werden können. Es sind nur sehr wenige Parker, die aber doch relativ viel Platz, zwei oder drei Parkplätze, die sehr viel Platz beanspruchen und die müssten im südlichen Bereich dann auch entfernt werden. Und der Platz wäre ausreichend für einen drei Meter breiten Radweg. Allerdings der Sicherheitstrennstreifen wäre hier nicht dem Regelmaß entsprechend, aber punktuell sind eben auch Engstellen nötig und möglich. Und es ist auch hier am Fotobeispiel nochmal aufgezeigt, das ist der Radschnellweg in Göttingen, wo eben bereits so eine Maßnahme umgesetzt ist und wo man dann gesagt hat, man geht sehr sensibel vor und muss dann im Detail auch weiterprüfen, wo sind Eingriffe zwingend nötig, wo sind Kompromisse möglich. Eine Radschnellverbindung erlaubt, dass nicht 100% der Radschnellverbindungsstandard erfüllt werden muss, sondern eben nur zu 80%. 10% dürfen reduzierter Standard sein und 10% ein normaler Radverkehrsstandard. Das erreichen wir mit diesen dargestellten Maßnahmen und wir haben insbesondere auch noch Spielraum, dann die Gestaltung entsprechend anzupassen. Wo es besonders eng und kritisch wird, es ist der Bereich hier westlich der Esslinger Straße und wir haben hier auf der Nordseite einen Bereich, wo Radverkehr in beide Richtungen im Seitenraum fährt, weil einfach Einkaufsmöglichkeiten bestehen und nur wenige Querungsmöglichkeiten und der Radverkehr hier im Zweirichtungsverkehr fährt und das entsprechend auch berücksichtigt werden muss. Das ist hier rechts dargestellt, zwei Richtungsführung, weil der bestehende eben Verkehr in Fahrtrichtung Osten auf der Nordseite auch zu berücksichtigen ist. Entsprechend haben wir einen schmäleren Radweg in Fahrtrichtung Westen, in Fahrtrichtung Stuttgart, aber es ist möglich auch hier die Radverkehrsführung einzurichten. Allerdings, in dem der vorhandene Grünbereich dort vor dem Gebäude dann auch tatsächlich asphaltiert wird und der Bereich erweitert wird zugunsten eines Gehweges dann. Hier haben wir also eine Engstelle beziehungsweise benötigen Flächen in dem Grünbereich. Es bedarf einer Aufweitung, damit auch tatsächlich eine sichere Führung möglich ist in dem Bereich. Wir sind hier im Bereich ja Nord- und Südseite getrennte Führung des Radverkehrs. Auf der Südseite kann die überbreite Spur beziehungsweise die Spurtrennung dort aufgelöst werden. Es kommt zu einer normalbreiten Spur und erst dann ist es möglich, im bestehenden Straßenraum dann auch einen Radweg anzulegen, ohne Eingriff in das benachbarte Grundstück tätigen zu müssen. Die Variante 1b sieht ja vor, dass der Radverkehr im Bereich der Esslinger Straße die Straße queren muss und nur auf der Südseite im Zwei-Richtungs-Verkehr geführt wird. Deshalb haben wir hier keine weitere Maßnahme, sondern lediglich im südlichen Bereich diesen vier Meter breiten Zwei-Richtungs-Radweg. Auch da ist es erforderlich, die Fahrspur etwas zurückzunehmen, aber um den Platzbedarf für Zwei-Richtungs-Radweg und Gehweg noch zu ermöglichen, brauchen wir zusätzlich einen Eingriff in den Bereich südlich des Gehweges. Das ist dann der Bereich von Pflanzenkölle, wo dann tatsächlich zusätzliche Flächen erforderlich sind, um diese Lösung realisieren zu können. Das sind die Aspekte, die einfach dargestellt sind, aufgezeigt sind, gegenübergestellt sind und natürlich muss das weiter bewertet werden, inwieweit Grunderwerb etc. möglich ist. Gegenüber gestellt die Variante Zwei, die andere Führungsformen aufzeigt. Wir haben nur im westlichen Bereich Einrichtungsradwegführung im Zuge von Radfahrstreifen. Wir haben dann Fahrradstraßen im westlichen und im zentralen Bereich, Mozartstraße und dann über die intensiv landwirtschaftlich genutzten Flächen eben einen selbstständig geführten Radweg als Radwegverbindung. Andere Führungsformen, andere Gestaltungsmöglichkeiten. Die Bruchstraße wird genutzt und das Gewerbegebiet mit entsprechend sensiblen Verkehren und Verkehrsmischungen. Heute ist dort Zwei-Richtungs-Verkehr und es wird teilweise auf beiden Seiten geparkt, auch beengte Verhältnisse. Aber eine Radverkehrsführung ist nur möglich, indem tatsächlich das Parken gänzlich dort herausgenommen wird und Einrichtungsverkehr geschaffen wird. Das Ganze ist möglich, indem ein Ring geschaffen wird über die Ernst-Heigl-Straße und dann Bruchstraße, dem Einrichtungsverkehr mit entsprechenden Nachteilen dann auch für die Gewerbebetriebe, die dort natürlich nicht immer direkt anfahren können. Im zentraleren Bereich, Mozartstraße, auch intensive Nutzung durch Parker. Die Verkehre können sich nicht, wie oben dargestellt, begegnen. Das ist nur eine theoretische Darstellung, um die Breiten einfach aufzuzeigen. Die eine Reihe Parker müsste dort entfernt werden. Dann wird der Platz geschaffen für eine vier Meter breite Fahrradstraße, aber auch ausreichend breit für den Begegnungsverkehr zweier Pkw, der heute nicht möglich ist. Und rechts ein Beispiel, wie das aussehen könnte aus Holland, einfach auch nochmal, um zu zeigen, dass das nicht nur damit erledigt ist, ein Schild aufzustellen und ein Halteverbot für Fahrzeuge, sondern es bedarf tatsächlich dann auch einer Gestaltung, dass Radfahrer sich sicher fühlen, dass eine Qualität da ist, wo und so sind die Beschilderungen in Holland, die Autos zu Gast sind. Das stellt eine Qualität dar, wo dann tatsächlich auch schnell und attraktiv gefahren werden kann. Im Bereich Mozartstraße weiter westlich haben wir heute einen breiten Grünstreifen. Natürlich wäre auch da ein Eingriff möglich. Also es gibt überall Varianten und Untermöglichkeiten der Straßenraumgestaltung. Wir haben zunächst mal eine einfache Variante dargestellt, wo eben auch hier wieder eine Reihe Parker entfernt wird. Und dann schon der Platz da ist, um eine Fahrradstraße gestalten zu können, ohne weitere Eingriffe. Eine Parkreihe hier heißt allerdings sehr viele Parkplätze. Und das ist dann ein Thema, was in der Detailbetrachtung, je nachdem, für welche Variante es letztlich den Ausschlag gibt, vertieft werden muss. Zum Beispiel dann auch Schaffung von Ersatzstellplätzen in der Nähe und entsprechend dann auch Erreichbarkeit von Stellplätzen. Und dann haben wir noch den Bereich der intensiv landwirtschaftlichen genutzten Flächen. Dort gibt es heute einen landwirtschaftlichen Weg, der sehr intensiv genutzt wird. Nicht nur von Radfahrern, sondern auch von Fußgängern und natürlich auch von landwirtschaftlichen Fahrzeugen. Und damit das Konflikt frei künftig möglich ist, bedarf es eben dieses standortgerechten Ausbaus der Trennung Fuß- und Radverkehr und ausreichend Breiten dann auch für den landwirtschaftlichen Verkehr. Wir haben weiterhin die landwirtschaftliche Nutzung, die dann sicherlich nicht ganz einfach in der Mischung mit dem Radverkehr stattfindet. Aber rechts als Beispiel, so könnte das aussehen. Und dann muss entsprechend auch noch Rücksicht auf alle Verkehrsteilnehmer genommen werden. Die Gegenüberstellung der Varianten, ganz knapp, eine Radschnellverbindung soll ja auch vor allem die Pendlerströme abgreifen. Dort haben wir heute die Spitzenbelastungen, die größten Staus, auch die Umweltbeeinträchtigungen im Kfz-Verkehr. Und wenn vor allen Dingen zu den Spitzenzeiten der Kfz-Verkehr verlagert werden kann auf die Radschnellverbindung, aufs Fahrrad, dann haben wir Entlastungen des Verkehrsaufkommens, aber eben auch der Umwelt und Vorteile für den Kfz-Verkehr, für den notwendigen Kfz-Verkehr. Und deshalb soll so eine Radschnellverbindung eben auch und vor allem die Pendler ansprechen. Und Sie sehen hier die Beschäftigtenzahlen im Umfeld der beiden Trassen, tendenziell eher nördlich der Stuttgarter Straße, Schörndorfer Straße gelegen. Und wir erreichen tatsächlich aber auch ein sehr hohes Potenzial, das dann auch durch entsprechende Marketingmaßnahmen auch angesprochen werden muss, damit ein Umstieg auf die umweltfreundliche Nahmobilität dann auch gewährleistet werden kann. Quell-Ziel-Verkehre sind ganz wichtig. Die Wohnplätze sind hier dargestellt und die Erreichbarkeit der jeweiligen Routen. Die Trasse 1 hat entsprechend die rot dargestellten Felder, die tendenziell dann eher die Trasse 1 nutzen. Für die Trasse 2 haben wir gewisse Einschränkungen dahingehend, dass für die Bereiche nördlich der Trasse 1 das Queren der Stuttgarter Straße, Schörndorfer Straße nur an bestimmten definierten Stellen möglich ist und entsprechend die Erreichbarkeit der Trasse 2 ungünstiger ist, weil ich eben vorher eine Trennwirkung queren muss. Wir haben Engstellen, jeder Querschnitt betrachtet und auf einzelnen Querschnitten sind Engstellen hier dargestellt, die entsprechend als Engstelle eben dann auch ausgewiesen werden müssen. Also wo im Zweifel kein Standard der Radschnellverbindung erreicht wird, aber ein reduzierter oder eben der Ära-Standard. Wir erreichen in der Summe den geforderten Standard, aber in diesen Bereichen knapp oder eben nicht den ganzen Radschnellverbindungsstandard. Wir haben Bereiche, wo wir definitiv Flächen erwerben müssen, damit der Standard, den wir jetzt mal angenommen haben, dass er erreicht werden kann, dass er aber mit diesen zusätzlichen Flächen auch erreicht wird, differenziert nach öffentlich und privat bebauten Gebieten. Und das ist ganz wichtig, weil privat genutzte Flächen natürlich dann auch entsprechend schwerer erworben werden können. Das sind unterschiedliche Flächen und insbesondere im westlichen Bereich haben wir aufgrund der Parzellierung der Felder dann auch eine Vielzahl von Eigentümern, mit denen es dann zu diskutieren gilt. Ganz wichtig bei der Entscheidungsfindung, es wären 97 Eigentümer, die bei der Trasse 2 dann betroffen sind durch eine entsprechende Verbreiterung des vorhandenen landwirtschaftlichen Weges. Wir haben eine unterschiedliche Struktur auch der beiden Trassen. Die Trasse 1 geht im Zuge der Hauptstraße und man fährt natürlich bevorrechtigt, muss aber an den Signalanlagen warten. Da muss man schauen, dass man den Radverkehr auch künftig in die Signalisierung mit einbinden kann und möglichst ohne lange Wartezeiten auch über die Knotenpunkte führt. Im Zuge der Nebenstraßen soll der Radverkehr grundsätzlich bevorrechtigt sein, aber auch in der Trasse 2 habe ich Straßen, die bevorrechtigt sind und entsprechend der Radverkehr warten muss, mit entsprechenden Zeitverlusten, die zu kalkulieren waren und wo entsprechend auch Nachteile bei der Trasse 1b festgestellt wurden. Denn dort muss die Straße zweimalig zusätzlich gequert werden an der Esslinger Straße und an der Beskidenstraße, um auf die Südseite zu kommen. Dies ist mit so großen Zeitverlusten verbunden, dass die Trasse 1b durchaus den Qualitätsstandard nicht erreicht für die Zeitverluste, die anzusetzen sind und erlaubt sind. Der Straßenraum wird umverteilt. Es gibt eine Reihe von Notwendigkeiten, wo tatsächlich bestehende Bäume auch gefällt werden müssen. Aber es ist in der Regel auch Platz, neue Bäume zu schaffen oder als Trennung dann auch zwischen Geh- und Radbereich mittig Bäume zu bepflanzen. Durchaus in längeren Abschnitten, sodass man auch von einer Stadtqualität, von einer Aufwertung sprechen kann und vielleicht sogar nicht von einer Radschnellverbindung, sondern von einem Radboulevard. Gerade bei der Trasse 1 sind da eine Vielzahl an Möglichkeiten, den Bereich aufzuwerten. Die Trasse 2, da ist ja vor allem auch die Führung auf der Fahrbahn im Mischverkehr mit dem Kfz-Verkehr als Fahrradstraße gegeben. Auch da gibt es Möglichkeiten, sicherlich weitere Bäume oder Begrünungen zu machen. Ist jetzt hier erst mal aufgrund der Bereiche, wo es schon Grün gibt, nicht zusätzlich dargestellt. Aber wir haben in der Bilanz von Trasse 1 durchaus die Möglichkeit, da weiter zu begrünen und die Bilanz sieht positiv aus. Bei der Variante 1b sind die Eingriffe größer und auch da sind entsprechend Bäume zu entfernen. Und weniger die Möglichkeit, neue zu ersetzen. Da ist die Bilanz negativ. Die querenden Nebenstraßen sind ein Aspekt, weil auch die Sicherheit und Flüssigkeit wichtig sind. Wir haben bei der Trasse 1 weniger Nebenstraßen und die in der Regel auch gesichert und signalisiert. Bei der Trasse 2 haben wir sehr viele einmündende Nebenstraßen. Die sollen natürlich untergeordnet sein. Entsprechende Fortmarkierungen sollen die den Vorrang des Radverkehrs verdeutlichen. Nichtsdestotrotz kann so eine Einmündung dann auch immer wieder zu Konflikten führen, beziehungsweise subjektiv dann auch die Sicherheit einschränken. Bei der Trasse 2, wo wir häufig auf der Fahrbahn fahren, ist die subjektive Sicherheit eingeschränkt. Bei der Trasse 1 sind wir überwiegend im Seitenraum auf eigener Trasse, getrennt von Fußgängern, getrennt vom Kfz-Verkehr. Das erhöht die subjektive Sicherheit. Hier nochmal die Zusammenfassung, was die Stellplätze betrifft, was die Bilanz der Bäume betrifft, die Flächenbeanspruchung. Die Anzahl der betroffenen Grundstücke, alles Aspekte, die letztlich dann für die Trassenfindung mithelfen sollen, für die Entscheidungsfindung. Der Qualitätsstandard wird bei Trasse 1 und 2 erfüllt. Und nicht bei Trasse 1b, weil die Zeitverluste zum zweimaligen Queren der Straßen so hoch sind, dass eben die angesetzten Zeiten für eine Radschnellverbindung überschritten werden. Und zu vermuten ist, dass die Akzeptanz des zweimaligen Queren nicht gegeben ist, sondern der ein oder andere Radfahrer auf der Nordseite bleibt, dort weiterfährt und gar nicht die Radschnellverbindung auf der Südseite benutzt. Deshalb würden wir aus fachlicher Sicht die Variante 1b ausscheiden. Sie hat den Aspekt, dass die Höhenstraße gemieden werden kann, nicht gequert werden muss. Bei der Trasse 1 haben wir als Führungsform am Knotenpunkt dann aber eine planfreie Querung als Unterführung unter der Höhenstraße angedacht, sodass dort keine Zeitverluste entstehen, allerdings eine Unterführung gebaut werden muss. Ein plangleiches, also niveaugleiches Queren wäre mit Zeitverlusten verbunden und hätte auch Leistungsfähigkeitseinbußen. Das erscheint uns an diesem sensiblen Knotenpunkt nicht möglich. Dort sind einfach wichtige Ströme aufeinander, beieinander, die auch von der Leistungsfähigkeit erhalten bleiben müssen. Unterführung durch die Höhenstraße bei Trasse 1, 1b eher auszuscheiden. Grundsätzlich sind beide Trassen 1 und 2 möglich. Die Machbarkeit ist nachgewiesen und es gibt eine Vielzahl an Möglichkeiten, den Straßenraum weiter aufzuteilen, zu gestalten. Wir haben die grundsätzliche Machbarkeit dargestellt und dabei eben auch festgestellt, dass es möglich ist, weiter zu begrünen, aufzuwerten und dass es gerade in Fellbach mit der dichten Bebauung durchaus eine Chance ist, den Straßenraum aufzuwerten, qualitativ hochwertig darzustellen und entsprechend dann auch so attraktiv zu gestalten, dass er nicht nur von den Pendlern, sondern auch in der Freizeit genutzt wird. Das ist die Radschnellverbindung 1 im Ruhrgebiet und diese wird auch von den Wochenendradfahrern sehr intensiv genutzt, auch von den Pendlern genutzt. Wichtig ist, dass dann auch das umliegende Radnetz attraktiv gestaltet ist, dass die Anbindungen vorhanden sind und dann bin ich auch schon fertig. Die Radschnellverbindung ist eine Chance und sie erhöht und kann die Stadtqualität erhöhen. Freut mich, wenn das mit einer Radschnellverbindung dann möglich ist. Vielen Dank.